Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video, immer noch von der IFA aus Berlin. Heute Abend am zweiten Pressetag war es wieder soweit. Die berühmte Showstoppers-Veranstaltung hat stattgefunden. Konzept dahinter. Mehrere Aussteller tun sich zusammen. Jeder bekommt einen kleinen Tisch, kann da seine Produkte präsentieren und Presse-Medienleute werden mit kostenlosen Essen und Getränken angelockt. Und das hat mal wieder funktioniert. Punkt 18 Uhr öffneten sich die Tore und die Massen strömten herein. Und die einen hatten direkt Termine, die anderen haben sich erstmal die Stände angeguckt und die Dritten haben sich Tüche gesichert und Futter besorgt. Aber was richtig schön war und das lag wahrscheinlich auch daran, dass es jetzt die erste richtige große deutsche Technik-Messe seit mehreren Jahren war, leuchtende Augen unter überall. Das lag weniger daran, dass sie mich gesehen haben. Ich habe mich natürlich auch gefreut, sehr viele Nasen wieder getroffen und gequatscht zu haben. Es war schön, aber man hat es einfach gemerkt, Menschen unter Menschen, das war für viele da, es hat Spaß gemacht. So, und dann gab es natürlich verschiedene, also bestimmt so, na, was soll man sagen, 30, 40 Stände, Pi mal Daumen, vielleicht auch ein bisschen weniger. Mein persönliches Highlight, ich hause direkt raus, weil ich die Lenovo-Veranstaltung, was heißt, verpasst habe, aber da war ich noch nicht da. Der faltbare 16 Zöller von Lenovo. Gleiches Konzept wie bei Asus, nur dass Asus einen 17 Zöller hat. Lenovo hat einen 16 Zöller, der ist auch nochmal ein Ticken günstiger, aber halt auch mit einer 3- und 4-stellig vorne. Und, Unterschied, die Tastatur, die dann dabei ist, ist so eine typische ThinkPad-Tastatur. Fühlt sich extrem ähnlich an. Als Fan dieser Tastatur freue ich mich darüber, auch mit dem roten Joy-Knubbel in der Mitte. Und der wird halt außerhalb vom zugeklappten 16 Zöller transportiert. Ich weiß gar nicht, ob Lenovo noch das Chromebook am Stand hatte, haben sie jetzt auch gerade neu vorgestellt, aber das Foldable, könnte man sagen, war schon doch gefühlt der Star des Abends. Anderer Notebook-Hersteller war auch vor Ort. Acer, die haben gar keinen eigenen Stand hier auf der Messe. Lenovo übrigens auch nicht, deswegen waren diese Stände auch wahrscheinlich so begehrt. Aber, jetzt weiß ich auch warum Acer keinen neuen Stand hatte oder keinen eigenen Stand hatte. Die hatten nämlich kein neues Zeug. Wir hatten uns ja die Tage gefragt, wo war die typische Acer-IFA-Eröffnungspressekonferenz. Also die haben da auch hier den Predator und was in dem Chromebook gezeigt und, 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 aber das kennen wir. Dann habe ich natürlich ganz kurz bei AVM vorbeigeguckt. Die hatte ich ja die Wochen erst in Berlin auch gesehen. Dann gab es Nokia wieder, wo ich mir dachte, Moment, aber nein, das ist halt, wir bauen auch irgendwie Fernseher unter diesem Namen Sparte. Roku war da, die kennen wir ja auch schon von ihren Streaming-Dingern. Die hatten auch da mit Fernsehern gestanden und nochmal den ganzen Streaming-Sticks dabei. Jabra war da. Die haben aber eigentlich wieder was Neues vorgestellt. So Elite 5 Kopfhörer. In-Ear-ANC 150 Euro. Das soll so die neue Mittelklasse bei denen sein. Was mich auch interessiert hat, es gab etwas mit Pflanzen zu sehen. Ich weiß gar nicht, welcher Hersteller das war. Der leuchtete auch die Halle dezent aus. Mit Leuchtlampen für zu Hause, für die eigene Pflanzen oder Gemüse oder Gewürzkräuter, was auch immer, Anzüchtung. X-Jimmy war auch wieder vor Ort. Unsere Beamer-Hersteller, die wir ja auch schon kannten, die hatten auch nichts Neues im Gepäck. Die haben sich da einfach nur die Gelegenheit geschnappt. Hey, guck mal, wir haben Beamer und spiel da mal mit rum und drück mal drauf. Aber fand ich ein bisschen schade. Die haben keine Leinwand aufgebaut, wo sie dann einfach mal alles Mögliche hingestrahlt haben. EcoFlow gibt es neuen Anbieter für diese mobilen Powerbanks, die gerade sehr im Trend sind. Diese großen Dinger, Energiespeicher. Das kennen wir auch von Anka. Und Anka war auch da. Die hatten einen großen Stand. Die hatten einen Stand für das ganze Anka-Zeug sozusagen, wo sie dann auch ihre großen Energiespeicher, fetten Powerbanks für was auch immer, also Camper, Notstromversorgung, was auch immer, was sie da haben, sogar mit Leuchti, Leuchti. Zum einen, was mich mehr interessiert hat, waren die Ladegeräte. Weil da haben sie ja von mir jahrelang auf den Sack bekommen. Anka mal gut gestartet, Powerbanks und so und Ladegeräte. Und dann haben sie da nachgelassen und jetzt kommen sie zurück. Und jetzt haben sie einige auch schöne vorgestellt und aber viele auch erstmal in den USA. Und jetzt, aber da soll noch mehr kommen. Die kleinen Handlichen, die mich natürlich auch immer sehr interessieren. Und daneben war dann der zweite sozusagen Anka-Untermarkenstand, wo dann Soundcore, Jufi und wie sie nicht alle heißen, da Saugroboter hingestellt haben, Handstaubsauger, Kopfhörer. Das war schön. Und dann gab es natürlich noch viele, viele andere kleine Stände, gerade für kleine Hersteller ist sowas natürlich attraktiv. Man kann sich da hinstellen, kann sagen, hey, wir haben 600 Pressenasen heute Abend gesehen. Zumindest hatten wir Sichtkontakt oder sowas. Und dann läuft man da rum und wenn man Interesse hat, kann man so. Also es bleibt dabei, es ist ein schönes Konzept. Aber was den Abend natürlich viel weiter trägt, sind die ganzen Nasen, die da rumlaufen, mit denen man sich dann trifft, mit denen man sich austauscht. Es waren auch Leute von Herstellern, die gar nicht auf der Messe waren, die natürlich auch diese Gelegenheit genutzt haben. Und es war ein schöner Abend. Und ja, das war es schon von der diesjährigen Showstoppers-Veranstaltung. Hat sich, und das sage ich, ich habe es selten so gesagt, hat sich wirklich gelohnt. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.